Sebastian Krummwiegel von den Prinzen ist heute Abend da mit Liedern und Geschichten aus seinem Leben und jetzt in seinem Studio. Hallo Sebastian. Hallo, und Sonne habe ich mitgebracht nach Saarbrücken. Das ist auch schön. Du bist Tomana, Prinz, Solo-Künstler, Songschreiber und jetzt neu Buchautor, Courage zeigen, warum ein Leben mit Haltung gut tut. Seit gut vier Wochen ist das Buch raus, 50 bist du auch geworden. Ist das so eine Marke, wo man sagt, jetzt schreibe ich? Keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Es war doch sehr spontan. Also mich haben ein paar Freunde aus Hamburg dazu überredet. Die waren in einem meiner Solo-Konzerte und die haben sich in letzter Zeit immer mehr in die Richtung entwickelt, dass ich mehr erzählt habe, als dann Musik gemacht habe. Und das wird das Abend so ähnlich werden bei dem Echt-Live-Ding. Also die haben einfach gesagt, schreib doch die Geschichten mal auf, die du da erzählt hast. Und mir kam das immer zu selbstreflektierend und zu mich selbst, weiß ich nicht, überschätzend vor. Und ich habe mich dann eine ganze Weile dagegen gesträubt und habe dann irgendwann wirklich heimlich angefangen, die Sachen aufzuschreiben. Und dann, das war eine ganz wundersame Erfahrung, weil du viel über dich selbst lernst. Wenn du über deine Kindheit nachdenkst, gehen auf einmal Dinge im Kopf wieder an, gehen Türen auf, klacken irgendwelche Relais um. Und du erinnerst dich an Dinge, die du schon längst als verschüttet betrachtet hattest. Und das war sehr spannend für mich. Ich fand das auch sehr spannend, über deine Kindheit und Jugend in der DDR zu lesen. Das ist ja ein Zeitzeugenbericht. Und wenn die Geschichten keiner erzählt, werden sie vergessen. So alt sind wir schon, wir sind Zeitzeugen. Wie war denn, um mal da gleich reinzuspringen, der Druck auf die Menschen in der DDR, wenn man anderer Meinung war und das auch gesagt hat? Das kann man, glaube ich, und das sieht man in deinem Buch nicht pauschal beantworten. Du hattest solche und solche Lehrer in der Schule. Dein Freund Prinz Wolfgang, der sollte mal vom Internat fliegen, weil er ein Bild gemalt hat in der achten Klasse. Der hat ein Bild, der hat immer gemalt. Also Wolfgang ist der, der heute noch bei den Prinzen dabei ist, mit dem ich seit wir 15 sind, eine gemeinsame Band habe. Und der hat schon immer in der Schule gemalt im Unterricht und hat einmal ein Bild gemalt, wo er eine Straßenschlacht gemalt hat. Mit Polizei und mit Panzern und mit einem Haufen Demonstranten, mit Transparenten. Und hat den Fehler gemacht, dass auf dem Bild ein Gebäude drauf war, das genauso aussah, wie das Universitätsgebäude in Leipzig. Ein modernes, einem Buch nachempfundenes Gebäude. Und das hat der Lehrer einkassiert und ist damit zum Direktor gegangen. Und dann wurde daraus geschnitzt ein Aufruf zur Kontrarevolution. So ein völliger Schwachsinn. Und das ist schon, das ist die eine Seite. Und trotzdem muss ich immer, versuche ich immer darauf hinzuweisen, dass die DDR, so wie sie war, verschiedene Seiten hatte. Und dass man das alles versuchen muss, sehr differenziert zu betrachten. Vor allem jetzt auch mit dem Abstand von über 25 Jahren. Ja, eben das andere Beispiel in deinem Buch ist, du selbst, der irgendwie ein Buch mitbringen soll, weil jeder mal im Deutschunterricht ein Buch mitbringt. Du bringst eins, das eigentlich verboten ist. Und die Lehrerin, die da auch ein Riesenfass aufmachen hätte können, steckt Zweck. Da ist cool geblieben. Ja, genau. Da gab es eben solche und solche. Und natürlich hat sich auch jeder versucht, egal ob er jetzt Schüler war oder ob er Lehrer war, mit dem Leben, das er gelebt hat, sich einzurichten sozusagen. Und damit meine ich jetzt nicht, sich pauschal unterzuordnen und zu duckmäusern und den ganzen Tag Angst zu haben vor Repressalien. Aber eben auch nicht das Gegenteil, permanent aufzubegehren. Wir haben am Ende, wenn du an die Zeit denkst, ich bin 1966 geboren. Wenn ich an meine Kindheit denke, an meine Jugend denke, denke ich an schöne Zeiten. Und das muss man immer wieder auch sagen. Natürlich ist das schwierig. Man darf damit nicht sagen, die DDR war ja ganz cool. Die DDR war natürlich ein Willkürstaat. War natürlich ein, die Vokabel kommt immer wieder, ein Unrechtsstaat. Und vielleicht können wir gerade, die wir damals in Leipzig die friedliche Revolution mit angeschoben haben, als ich 23 Jahre alt war, war ich einer von denen, die damit um den Ring gelaufen sind, was dann am Ende dazu geführt hat, dass die Mauer gefallen hat. Vielleicht können wir viel besser einschätzen, was es heißt, in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat zu leben, wie wir es heute tun. Was wir ja heute teilweise wieder zu vergessen scheinen, wenn wir uns umgucken, was heute so abgeht um uns herum. Das stimmt. Du kannst die Geschichten aufschreiben und in ein Lied packen. Diese Welt ist unbezahlbar. Das habe ich geschrieben, kurz nach den Anschlägen von Paris, kurz nach den zweiten Anschlägen. Also nicht nach Charlie Hebdo, sondern nach Bataclan, wo wir alle gedacht haben, was ist denn hier eigentlich mit der Welt passiert? Und so klingt das bei mir. Sebastian Krummwiegel ist mein Gast. Sein Buch Courage zeigen, warum ein Leben mit Haltung gut tut. Und seine Geschichte aufgeschrieben mit vielen tollen Anekdoten. Weißt du noch, was Ildiko heute macht? Deine Sommerliebe in Ungarn? Ildiko Koloschwari. Ich weiß nicht, was sie heute macht. Wir haben sie einmal noch besucht, ein paar Jahre später. Und da hat sie, glaube ich, studiert gerade. Aber das ist trotzdem, es ist wirklich eine Zeitreise. Also Ungarn war ja für uns als Ostdeutsche immer so ein bisschen das Tor zur großen, weiten Welt. Weil in Ungarn konntest du ein bisschen Westluft schnuppern. Konntest du coole Klamotten kaufen, konntest du vor allem Schallplatten kaufen. Konntest du dir gute Musik kaufen. Ich weiß noch, ich habe mir damals The Wall gekauft. Ich habe mir damals Queen-Platten gekauft in Ungarn. Und für uns war Ungarn, ja, also die Reise, die ich damals mit Jens gemacht habe, mit meinem Freund, der bei den Prinzen singt, Jens, in einem alten Käfer, der wirklich überhaupt nicht mehr fahrtüchtig war, das ist ein Abenteuer, das vergisst du nicht. Das war kurz nach der Währungsunion. Das war 1990, als Deutschland gerade Weltmeister war, Fußball-Weltmeister war. Und wir haben uns damals immer so ein bisschen den Scherz gemacht, weil uns diese Deutschtümelei ein bisschen genervt hat. Von vielen, gerade Ostdeutschen, die bis dahin immer Deutsche zweiter Klasse gewesen waren, weil sie durch den Umtauschkurs weniger für ihr Geld bekommen haben, die waren auf einmal wer. Und dann waren wir noch Weltmeister und dann haben die ihre Shirts angezogen und fingen da irgendwie an rumzuprollen, sage ich mal. Und das hat mich immer genervt. Und da haben wir immer, Jens und ich, haben uns als Jugoslawen ausgegeben und haben eine ganz kuriose Fantasiesprache gesprochen und haben dann wirklich die Leute einen Abend lang vorgeführt und haben dann gesagt, wir kommen from Jugoslawia. My name is Miklos and his name is Patrick. Und so haben wir dann die ganze Zeit miteinander geredet, bis wir dann uns irgendwann geoutet haben und gefragt haben, warum redet ihr eigentlich nicht? Kommt ihr aus dem Osten oder aus dem Westen? Und das war natürlich nicht immer lustig für die, auch für uns schon. Aber das sind schöne Sommererinnerungen. Als wir noch jung waren, springen wir nochmal zurück zum Mauerfall. Wir sind das Volk, die Montagsdemos. Du bist mitgelaufen, aber bei der entscheidenden letzten warst du nicht dabei. Nein, das ärgert dich bis heute, aber da wusste man irgendwie nicht, was passiert. Man wusste nicht, was passiert. Es war der 9. Oktober 1989 und meine erste Montagsdemo war Mitte September gewesen. Es wäre also meine dritte gewesen. Ich hatte am 2. Oktober, also an der Woche vor der Legendären, am 9. Oktober, habe ich gesehen, wie die Polizei reingeknüppelt hat, wie die scharfen Hunde auf die Demonstranten losgelassen worden sind. Und das hat mich verschreckt. Und dann hat mich noch verschreckt, dass für den 9. Oktober die Staatsmacht wirklich mit den Zähnen geknirscht hat und mit den Waffen geklimpert hat. Dass wirklich gesagt wurde, heute wird die sogenannte chinesische Lösung praktiziert. Also das, was auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking passiert war im Juni des selben Jahres. Und da hatte ich Schiss und habe wirklich gedacht, nee, da gehst du nicht hin heute. Und mich ärgert es im Nachhinein natürlich drüber, weil an dem Abend waren wohl in Leipzig 70.000 Menschen auf der Straße. Und natürlich kann ich sagen, ich war eine feige Sau. Ich bin da nicht mit hingegangen. Und das ärgere mich natürlich. Andererseits ist es auch ganz gut, das heute zu erzählen. Gerade vielen Leuten, die das von außen sehen, die sagen, na, ihr mit eurer friedlichen Revolution da im Osten, das war ja nur, ist ja nichts passiert. Es hätte eine Menge passieren können. Und man muss ehrlich ganz klar sagen, die Leute, die da an dem 9. Oktober 89 auf die Straße gegangen sind, das waren sehr mutige Menschen. Und denen haben wir zu verdanken, dass heute die Welt ein kleines bisschen offener ist, als sie damals war. Es geht in deinem Buch um Schuld, um Mitlaufen, um Mut, um Courage oder auch eben sich bedeckt zu halten. Und es geht auch zurück bis in die Nazi-Zeit. Du warst jemand, der die Zeitzeugen von damals auch gelöchert hat. Deine Oma hat dir erzählt, wie es damals war und der alte Chef vom Thomannachor. Ja, das sind zwei Geschichten, die ich unbedingt aufschreiben wollte, weil die mich selbst sehr bewegt haben. Also meine Omi Feline, ihres Zeichens Opernsängerin gewesen, die hat mir erzählt, wie sie am 9. November 1938 zur sogenannten Reichskristallnacht in der Straßenbahn am Leipziger Zoo vorbeigefahren ist und da gesehen hat, wie viele Menschen in das Flussbett der Pate des Flusses neben dem Zoo getrieben wurden und abtransportiert worden sind. Und sie hat gemerkt, wie alle Menschen in der Straßenbahn sich umgedreht haben und pikiert es eben nicht sehen wollten. Und sie hat gesagt, ich habe mich auch weggedreht und Junge, ich schäme mich so dafür heute noch. Und das ist mir so nahe gegangen, dass ich echt gedacht habe, so etwas musst du irgendwie hinterbringen. Weil natürlich ist es ja klassisch so gewesen, wenn du Leute gefragt hast nach der Nazi-Zeit, das klassische Schweigen dieser Generation, darüber rede ich nicht. Genau wie, was du gerade angesprochen hast, mein alter Chordirektor des Thomannachores, den ich gefragt habe. Er war 92, als er gestorben ist und ich habe ihn die Jahre vorher immer mal wieder getroffen und habe ihn gefragt, was hast du während des Krieges gemacht, wo er gesagt hat, da rede ich nicht drüber. Und dann eines Tages fing er doch an zu erzählen und hat dann erzählt, ich war 19 Jahre alt und war einer von denen, die das Warschauer Ghetto zusammengeschossen haben. Und sowas sitzt natürlich. Und sowas ist natürlich eine Frage, wo du dich dann selbst fragst, kannst du das heute verurteilen? Natürlich ist das fürchterlich und gruselig und grausam. Aber kannst du aus heutiger Sicht sagen, na, ich hätte das aber nicht gemacht. Ich wäre aber damals ein Freiheitskämpfer gewesen. Ich fürchte, das können wir nicht machen, weil wir nicht wissen, wie wir damals getickt hätten. Was wir heute können, ist mit der heutigen Erfahrung zu sagen, wir müssen uns gegen den Scheiß, der wieder gerade am Aufkeimen ist, dagegen sollten wir uns auflehnen. Und das ist für mich so die Lehre aus der Geschichte. Und aus deinem Buch lese ich raus, viele haben nicht drüber erzählt. Du hast gefragt, hast Antworten bekommen und sie jetzt auch aufgeschrieben. Natürlich schreibst du auch über deine Zeit bei den Thomannern. Du warst lange Chorbub. Das war ein hartes Regiment da. Einerseits ja, aber andererseits war das auch eine sehr privilegierte Kindheit, die ich dadurch hatte, weil wir eine extraordinäre Bildung gerade musikalisch genossen haben. Also wir haben ganz viel Johann Sebastian Bach gesungen. Und ich kann die ganzen Sachen, die wir damals als Kinder gesungen haben, heute immer noch auswendig. Und das ist schon eine Sache, was du als Kind so nebenbei spielerisch lernst, das verlierst du nicht mehr aus deinem Hirn raus. Und natürlich war es auch deswegen noch sehr privilegiert, weil wir im Gegensatz zu vielen anderen Kindern und zu allen anderen Kindern im Osten die Welt gesehen haben. Wir sind quer durch die Welt gereist, haben den Leuten Johann Sebastian Bach in Japan vorgesungen. Und wenn du als Elfjähriger auf einmal in Japan stehst, dann ist das auch für ein Kind aus dem Saarland was Besonderes. Absolut. Und das war für uns natürlich ein absoluter Flash. Trotzdem, ein hartes Regiment. Es gibt eine ganz rührende Geschichte, wo dein Bruder dir mal beigestanden hat und Courage bewiesen hat, das ist der rote Faden im Buch, und dich mal irgendwie in Schutz genommen hat, wo es übel her ging. Ja, natürlich ist es ein hartes Regiment gewesen. Wir haben zwei Stunden am Tag geprobt. Und diese Proben waren wirklich so, dass der Thomas Kantor vorne am Flügel gesessen hat und diesen Haufen von 90 Jungs irgendwie natürlich unter Kontrolle halten musste. Und es war eine Situation, die du gerade angesprochen hast. Ich habe im Alt gesungen, also in der zweithöchsten Knabenstimme, und es ging darum, irgendeinen Abschluss, irgendeinen K, T, P, irgend sowas genau zu betonen oder eben nicht. Und ich habe es genau umgekehrt verstanden und habe genau das gemacht, was ich in dem Moment nicht hätte machen dürfen. Habe es gut gemeint, wollte alles richtig machen und habe in dem Moment alles falsch gemacht, sodass mich der Thomas Kantor in dem Moment vor der versammelten Mannschaft zusammengestaucht hat und ich dann, ja, da heulend zusammengebrochen bin. Und mein großer Bruder, der auch im Chor war, dann eben aufgestanden ist und mich aus dem Probensaal vor 90 Jungs rausgeführt hat und mich getröstet hat. Was mich damals, was mir so in Erinnerung ist, dass ich meinem Bruder dafür heute noch extrem dankbar bin. Weil der Thomas Kantor hätte auch in sich zum Brust nehmen können. Natürlich hätte er das genauso machen können, aber natürlich, es hätte mir auch nichts genützt, als wenn er nach der Probe zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, Mensch, ich ärgere dich nicht. War in dem Moment wichtig. In dem Moment war es ganz wichtig für mich. Und das ist eben so eine, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn du über dich selbst schreibst, und ich kann wirklich, klingt jetzt blöd, aber echt, Leute, schreibt euer Zeug auf, was ihr erlebt habt. Ihr kommt damit auf wunderbare Ideen und ihr öffnet damit Türen in eurem Hirn und ihr kommt damit weiter. Ihr lernt viel über euch selbst und über das Leben. Bei diesen Geschichten, bei dieser Begebenheit war es so, dass du es richtig machen wolltest und es war ein Missverständnis, aber du warst schon der kleine Revoluzzer im Chor. Also bist ja auch kurz vor Ende rausgeflogen. Ja, ich bin kurz vor Schluss rausgeflogen, aber das war wirklich drei Wochen vor Ende und ich hatte mein Abi und alles schon in der Tasche und deswegen habe ich das eigentlich gar nicht so sehr tangiert. Ich stand immer ein bisschen im Schatten meines großen Bruders, der gut in der Schule war, der im Chor total gut war und ich konnte den sozusagen nicht übertrumpfen und deswegen musste ich mir was anderes einfallen lassen, um auf mich aufmerksam zu machen. Also ich konnte keinen, ich war kein guter Schüler. Ich war jetzt nicht einer der, ich war in Englisch gut, in Deutsch gut, in der Musik gut. In den Sachen, die mich interessiert haben. Ich habe viel englische Musik gehört, wollte Englisch verstehen, wollte Englisch lernen, habe viel gelesen und habe eben viel Musik gehört und habe viel, deswegen war ich in den drei Fächern gut und in den anderen nicht. Ich konnte in Sport nicht gut glänzen, weil ich eben nicht so die Sportskanunde bin. Also warst du Lümmel von der ersten Bank? Ich war so ein bisschen der, der immer versucht hat, ja, auch die Klasse ein bisschen scherzhaft zu entertainen und das konnte ich ganz gut und das habe ich mir, glaube ich, bis heute einigermaßen erhalten. Ja, und auch wenn es damals bei den Lehrern nicht so gut ankam. Der schönste Junge habe ich noch hier, das ist ein ganz altes Lied. Der schönste Junge aus der DDR, das ist ein Sprung ins Jahr 1987. Das Lied ist wirklich über 30 Jahre alt und es ist ganz schräg, das heute wieder zu hören. Damals war das Lied eine halbe Provokation, weil ich als einer, der wirklich nicht aussah wie der schönste Junge, habe gesungen, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Und eine Erklärung noch, es kommt ein Vokabel drin vor, RGW, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Und das war ein Riesenlacher immer damals. Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe ist sozusagen das Pendant zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer DDR und aus dem RGW. Aus der ganzen Welt, die uns so gut gefällt. Courage zeigen. Das Buch von Sebastian Grumbiegel gibt es im Gütersloher Verlagshaus für 1999 und heute Abend bei SR3 echt live und jetzt noch bei uns im Sonntagscafé. Sebastian, du beschreibst, den haben wir drüber geredet, aufmüpfig jungen Herzbuben. So hießen die Prinzen ja zuerst. Und jetzt als gereifter Mann wird das Ganze nochmal gerade gerückt. Das ist, finde ich, schon das Spannende in deinem Buch. Ach, was heißt gerade gerückt? Das hat ja alles seine Zeit. Und natürlich stehe ich schon zu den Dingen, die ich gemacht habe, aber sehe natürlich heute verschiedene Sachen anders. Außerdem gibt es ja auch keine absolute Wahrheit. Ich habe eine subjektive Sicht auf die Dinge, die ich erlebt habe. Und jemand anderes, der damals daneben gestanden hat, der hat die Sachen vielleicht völlig anders erlebt. Und deswegen finde ich das spannend, das so zu reflektieren. Und natürlich ist das wirklich subjektiv. Und natürlich kann ich da nur sagen, ich habe das so erlebt. Und für mich ist das das Allerwichtigste, was dieses Buch betrifft, dass ich das nicht deswegen geschrieben habe, um irgendjemandem Vorschriften zu machen oder um irgendjemandem zu sagen, hey, sei du mal auch so. Sondern ich kann nur sagen, ich bin so, wie ich bin. Und ich habe die Sachen so und so und so erlebt. Und ich habe für mich selbst persönlich daraus die und die Schlüsse gezogen. Und das in die heutige Zeit zu bringen, in der die Welt wirklich komischerweise irgendwie ein bisschen ins Wanken gerät. Wir gucken alle mit ein bisschen Unbehagen gerade in Richtung Frankreich. Was geht denn da ab? Was erfahren wir heute Abend um acht? Wo entwickelt sich dieses Land hin? Was sind das für Weichen, die für Europa gestellt werden, die für die ganze Welt gestellt werden? Was geht in Amerika ab? Was geht in Polen ab, in Ungarn ab? Was geht bei uns im Land ab, AfD-Parteitag, diese ganzen Sachen? Da denke ich, man sollte schon irgendwie, ja, sich versuchen, einen wachen Blick auf die Welt zu erhalten. Und das versuche ich damit. Du schreibst, die Wende hat dich politisch angeknipst. Ich nehme mit aus dem Buch, dass man schon sich interessieren sollte wieder mehr. Auch mal Fragen stellen, auch unangenehme Fragen. Und dann eben mal gucken, was für Antworten es gibt. Heute Abend echt live. Jo. Natürlich Geschichten aus dem Buch und deine Songs. Wie wird der Abend so? Der wird, glaube ich, ich weiß es selbst noch nicht so genau. Ich war jetzt auf Lesereise, war in ein paar Buchhandlungen und in ein paar Clubs und habe da gelesen und Musik gemacht, also Klavier gespielt und zwischendurch gelesen. Und das war immer ein kleines bisschen anders. Und heute Abend wird es wieder ein bisschen anders werden. Für mich ist es auch sehr spannend, die unterschiedlichen Gegenden kennenzulernen. Also ich war viel im Osten am Anfang. Ich war dann viel in NRW. Ich war im Norden. Ich war im Süden. Und jetzt bin ich eben hier ganz im Südwesten und das ist für mich schon auch eine andere Welt. Logischerweise, wenn ich aus Leipzig mir überlege, ich bin innerhalb von zwei Stunden in Prag. Ihr seid hier mit dem Zug innerhalb von einer Stunde 15 in Paris. Logischerweise haben wir unterschiedliche Sichten auf die Dinge. Aber wir fahren gerne in schöne Städte. Wir fahren gerne in schöne Städte und die sind beide schön. Mit den Prinzen kommst du natürlich auch wieder am 27. September in Neunkirchen. Für alle, die dann keine Karten gewonnen haben. Es war nicht alles schlecht. Die tolle Mathelehrerin, ist das deine gewesen? Nein, das war Tobias. Das war Tobias Lehrerin und Tobias hat das Lied auch geschrieben. Das ist auch, finde ich, ein schöner Blick auf die DDR ohne Nostalgie, sondern mit einer ganz normalen Nostalgie, die wir alle haben. Sebastian Krumm-Wiegel. Danke für die Stunde. Toi, toi, toi für Echt Live und fürs Buch. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.